Guck mal, Zitronella ist hier ganz artig, macht sie hier, zieht sie hier ihre Bahn. Eine ganz tolle Python. Ein bisschen Respekt habe ich hier, aber schon muss ich ganz ehrlich sagen. So ein bisschen ungutes Gefühl, aber nur so ganz leicht. Heiko, wie sind Sie denn sozusagen aus Norddeutschland nach Florida gekommen? Ja, ich habe mich ja schon immer für Amerika interessiert und nachdem dann die Grenzen aufgingen, habe ich dann noch ein bisschen Bauwesen studiert in Neubrandenburg und dann hatte ich die Möglichkeit gehabt, vor ein Jahr nach Amerika zu gehen, um Sprache zu studieren. Und dann bin ich in Amerika hängen geblieben. Und das hat mir so gut gefallen, da habe ich gesagt, naja gut, dann werde ich erst mal Handwerker machen, um mich da durchzukämpfen. Und Miami ist eine unwahrscheinlich interessante City und da bin ich hängen geblieben. Und dann haben wir auch schon von dem Zufall gesprochen, der Sie dann zu dem Teherfilmer überhaupt, auch gerade im Internet, mit 150 Millionen Klicks bei YouTube gemacht hat. Es gibt noch eine andere Tierart, mit der Sie sich mittlerweile beschäftigen. Mit Haien tauchen Sie oder haben Sie jetzt gerade angefangen zu tauchen? Das sind auch ganz faszinierende Bilder, wie dicht Sie da an den Tieren dran sind. Ja, das war ja ganz am Anfang gewesen, da waren die noch ein bisschen scheu, aber die kommen ja dann später, die umzingeln dich und dann kommen sie dann dichter ran und dann reimen die ihre Haut ran. Das ist jetzt ganz neu. Ich habe mit Unterwasseraufnahmen angefangen, eigentlich nur durch Zufall, weil mich ein Agent aus Hollywood angerufen hat und die wollten eine Promotion machen für ein Hai-Buch und da wollten die das über YouTube machen und da ich im YouTube so viel Erfolg habe, habe ich gesagt, ja, da mache ich ganz gerne mit. Das war für den Jeff Corwin, der bekannte Wildlife Expert in Amerika und da musste ich erstmal eine Ausbildung mitmachen, weil ich habe ja, vorher habe ich nie getaucht, ich habe nie was mit Haien oder Meer zu tun gehabt, obwohl ich eben 20 Jahre schon in Miami gelebt habe und das war ganz interessant gewesen. So, jetzt habe ich die Tauchausbildung mitgemacht für Scuba Diving, nur Haie, die mögen das nicht, wenn du jetzt einen Tank hinten drauf hast, weil die Luftblasen, das ist ungewohnt und da kriegst du dann keine guten Aufnahmen und da muss ich jetzt beim Freitauchen mitmachen und da bin ich jetzt mit dem Ted Hardy zusammen, der hat die amerikanische Mannschaft in Italien vertreten und der Mann ist superklasse, Weltklasse und der trainiert mich jetzt im Freediving, da geht es dann richtig runter, 20 Meter bis 30 Meter. Ohne Flasche? Ohne Flasche, nur Brille und du hast deine Taucherflossen an und dann irgendwann hoffe ich vielleicht, ja, bis zu zweieinhalb Minuten, drei Minuten, wenn ich so lange unter Wasser bleiben kann, dann da möchte ich schon hin. Das ist eine Entwicklung. Super, da traut sich alles zu. Ja, das kommt eins nach dem anderen. Sehr, sehr cool. Aber ich muss auch noch dazu sagen, wenn du jetzt Haie filmst, du hast mehr mit deiner Kamera zu tun, als mit der Angst. Ja, genau, genau. Ich bin rein ins Wasser und die haben alle gewartet draußen, so sollen wir nicht mit rein, nee, nee, ich muss meine Kamera einstellen und da, die Haie sind schon alle rum und haben mich angestoßen. Das ist bei mir genau das Gleiche, ne, Zitronella krabbelt hier hinter mir lang, aber ich habe ja mehr mit der kommenden Anmoderation zu tun. Genau, wir sind so. Mit unserem Gespräch, deswegen bin ich abgelenkt und, ja, genau. Und die würde ich aber auch nicht. Sie klappert gerade an meiner Tasche. Ich sag's nur mal, das ist schon, hier, kann man so mal, ne, jetzt, wo geht's denn hin? Sehr schön, nee, die ist relativ ruhig. Damit Sie diesen Todesfall nicht miterleben können, zeigen wir Ihnen jetzt folgenden Film. So, achso, ja, ich hatte hier gerade noch kurz gesagt, weil Zitronella hier einen kleinen Gang macht. Ich möchte übrigens noch mal darauf hinweisen, morgen kommt eine tolle Unterhalterin zu uns. Sie kennen sie alle, auch eine tolle Frau. Alida Gundlach wird morgen da sein mit guter Laune und mit lädiertem Arm. So viel kann ich jetzt schon sagen. Heiko Kierer, der Tierfilmer überhaupt, auch im Internet, wenn man es wie Sie aus schwierigen Verhältnissen in Norddeutschland nach Amerika schafft und dort einen Traum lebt, wie Sie es jetzt tun als Tierfilmer, was können andere davon lernen? Ja, also, wenn jemand einen Traum hat, dann musst du daran festhalten, dann wirst du dafür hart arbeiten, wirst dich bilden müssen, niemals loslassen, man fliegt auf die Knie, aufstehen, weitergehen. Kurz und klar zusammengefasst. Das ist alles, ja. Das war klasse, das war super interessant, ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Zitronella, Heiko und ich, wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Interesse. Es gibt jetzt die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland, bleiben Sie also hier im NDR Fernsehen. Und ja, tschüss bis morgen Abend, 18.45 Uhr sind wir wieder da. Heiko, dann müssen wir mal schauen jetzt hier mit Zitronella, die ist ja eine ganz liebe, oder? Ja, ja, die ist ganz gelassen. Du siehst ja, wie sie jetzt total entspannt, wenn sie jetzt so liebt.